Hallo Nation, Kjell Wetzien hat dies heute bestätigt. Aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind. Zurück zum Thema. Kjell Wetzien ist bereit, bei Borussia Dortmund zu glänzen, mit Nure Shahin hat der Youngster einen wichtigen Förderer. Der BVB-Trainer sprach bei der Pressekonferenz am Donnerstag, 22. August, ausführlich über seinen Plan mit Wetzien und seine Stärken. Kjell ist ein Top-Kind und wird sich weiterentwickeln. Natürlich versuchen wir auch, im Kaderplatz für solche Typen zu schaffen, erklärte Shahin. Wetzien ist derzeit Fünfter in der Doppelsechst des BVB. Aber der 35-jährige Kommandant will es weiterentwickeln. Er hat Qualität. Diese Box-to-Box-Qualität, er dribbelt, er kann Meter schießen, er kann laufen, ohne anzuhalten, schwärmte der BVB-Trainer, mahnte aber zugleich, aber wir müssen Geduld haben. Kjell Wetzien genießt das volle Vertrauen von Borussia Dortmund und Nure Shahin, wie der BVB-Trainer in der Pressekonferenz mehrfach betonte. Ich arbeite sehr gerne mit Kjell Wetzien zusammen, weil ich weiß, dass er Geduld hat. Und er wird ein wichtiger Spieler für Borussia Dortmund sein. Allerdings war die Vorbereitung für den BVB-Youngster nicht immer einfach. Aber diese Phasen muss er durchmachen, sagt Shahin, der in Wetzien Parallelen zu seiner eigenen Karriere sieht. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.